Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zum... Langsam, 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 langsam. Ein Profi. Ein dreckiger Profi geworden. Rapata, hapatapata, huapatapata, rama, chamabama. Dreckigen Rucksack. Habe ich vergessen einfach. Und da ist mein Wasser drin. Das heißt, wenn uns hier was passiert, dann werden wir verdursten. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Bin ich besser geworden? Dann bin ich besser geworden. Dann können wir ruhig hier ausrüsten. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt kommt das ganze Trick. Wenn ich mir überlege, wie ich das beim ersten Video gemeistert habe. Aber, Junge, ich bin gefahren wie eine dreckige Pussy. Und jetzt fahre ich wie ein dreckiger After. Auf den After. Auf den dreckigen After. Wen juckt's? Wen juckt's, Junge? Oh, das macht so Bock. Es macht so Bock, Junge. Ich werde nie wieder aus diesem Land rausgehen. Google bezahlt mich, ja? Google ist ja mein dreckiger Arbeitsgeber. Hallo, Google. Junge, nur 10%. Ab nach Bosnien. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ha? Ich hab mich getraut. Ich will wieder hier runter. Bruder, es gibt doch um den Pfeil, Alter. Geh rein, geh rein, du dreckiger Gang. Aber ich bin besser geworden, ich bin besser geworden. Keine Problem, kleine Problem, nix Problem. Ich muss sagen, Ich weiß nicht, Alter. Irgendwie, das hat eh vier mal, vier mal vier. Das heißt, Allrad, Arme, Beine, After. Alles, alles musst du benutzen. Langsam, langsam, langsam. Es kann sein, dass uns hier eine Kuh entgegenkommt. Boah! Hoch, hoch da! Boah! Langsam, 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 was haben wir denn hier? Ein Stoppschild. Und tschüss.